Und mein Rap brennt, die Asbestes hat vorhin schon mal jemand gesagt, doch ich schäfe mich nicht, das nochmal zu sagen, weil ich bleibe auf der Bühne hart. Jo, hör mit zu, Mann, ich rappe meine Partys, ich fähre aus meinem Kopf drauf wie ein Apparat. Der, ich schick, weg, 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 weg. Ich rappe nicht wie einer, der einfach heute zugelegt hat, der Bühne ist, ey, und ich rede mir nur, ich will verblühten, ey, und der fühlt sich froh, ey, ich bin unter der Erde wie der Untergrund, ey. Du bist grünen, blau, und, okay, war nicht so viel so fest, aber ist okay jetzt. Das andere Thema, ah ja, das ist leicht. Okay, dein Thema ist Michael Jackson. Ja, 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 los, die Aufsicht von Michael Jackson. Darum steck ich dich jetzt auch Fett beim Paxen in meine Tasche, wenn ich nicht vernasche, macht hier ein auf Ghetto, fast so wie JLo. Hoho, du bist echt voll Abuser, und Fett auch-Mikrofon-Abuser. Was? Du weißt nicht, was Abusen heißt. Das heißt Vergewaltigen. Das ist der Grund, warum jeder hier auch nicht scheint. Weil die Rhymes einfach nicht stimmen, darum möchte ich den Pop-Gipfel erklimmen. Michael Jackson, der hat etwas erreicht, nicht so wie du, der wie der Teich hier umseicht. Du hast so viel Flow wie die Insel da drüben, du bist schon längst am Boden, du bist längst hinüber. Kein Flow, kein Style, keine Lyrics, no. Yo, man checkt den Beat und yo, checkt meinen Flow. Ich kann dir was, was beibringen, lass mich ein Lehrer sein, du bist mein Padawan, du bist mein kleines Schwein. Benutze die Macht am Mikrofon und schon hast du auch einen anderen Thron. Und als Thron gehe ich ein Pop-Setup, aber der Rhygge ist scheiße, aber der Rhygge ist nicht zu knapp. Okay, okay, Extero, dein Thema, Finanzkrise. Finanzkrise ist gut, denn ich habe nie mein Geld, aber Flow kostet den Pus. Yo, und ich lebe zu den Pus, für alle Musik, weil ich Musik gut finde. Yo, und du brauchst viel Schulbildung, von wegen Lehrer, du kommst nicht die Crews in den Arsch gefickt. Ey, ich komme nicht mehr klar beim Pus ist Rap. Ich gebe keinen Fick auf Grammatik. Ey, yo, und du kannst nicht werden, obwohl du Pus kickst. Ey, und ich höre deinen Scheiß. Ja, Finanzkrise ist mein Thema, ich weiß. Doch ich schweiß hin und wieder manchmal ab, weil ich auf Finanzkrise gebe ich ein Fakt. Ey, yo, weil ich sowieso nie Geld habe. Was will ich mit Finanzen, wenn ich das Geld habe? Was ich nicht habe, was ist imaginär und ich gehe trotzdem zur Bank und sie geben mir trotzdem kein Konto, weil ich draufhaben. Ey, und dann verkaufen sie meine Auflage, weil sie von meinem Schiff so begeistert sind, dass du die Geister im Regen nicht kennen willst. Ich rappe wie endlos. Yeah. Ja, du hast wieder die guten Themen. Dein Thema ist WM 2010. Go! Ja, du machst hier ein auf dicke Hose. Bleib zu Hause, so wie Klose. Keiner hat Bock auf deine Soße. Ganzen Scheiß, ihr Mann, kauf dir ne Rose. Dein gelge Packe, keine Lyrics, keine Rhymes. Jo, Mann, check das aus. Ich komm nicht aus Mainz. Ich bin gebürtiger Karl-Kruhe. Und ich steck mich fest in die Holz. Ruhe, Ruhe. Endlich bis Press'n Tee. Jo, Mann, check den Scheiß raus. Denn wenn ich schieß, hab ich schon mehr Reim und mehr Grammatik drauf. Als du, also nimmst den Jüde-Getag in Kauf. Jo, lauf weg. Denn wenn ich immer schneller mach, Jo, Mann, dann mach ich unterdach und fach, denn abgefackten Kraft. Jo, check den Beat, come on. Ich pick dich weg. Jo, Mann, denn ich hab mein Thema vergessen. Ich bin Wack. Keine Ahnung, keine Planung, doch die Sonne gibt's die Belohnung. BN 2010, ich möchte abgehen. 4 zu 0, das reicht mir noch lange nicht. Jo, Mann, dein eigenes Ohr pickst du nicht. Du brauchst mich gar nicht, du machst dich alleine fertig. Denn ich hock hier und ich bin Wack. Perich. Yeah.